Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 im Karrieremodus mit Fortuna Düsseldorf und mir, dem Trainer, M.G. Mosmitz. So, wir haben eine Nachricht im Büro. Aktuell ist er aus Österreich. Das interessiert mich aber momentan einfach nicht. So, wir simulieren einfach mal ein bisschen voran und wir können ja mal... Okay, Gerüchte zwingen. Ähm, okay. Aktuell ist er aus der Schweiz. Nationaltrainer von Polen ablehnen, bestätigen. So, muss ich einfach mal. Und die Mannschaft können wir umstellen. Wie geht es Hofer? Hofer ist immer noch ein bisschen verletzt. So, Bandshop geht es noch gut. Das ist super. Aber Hofer kommt hier auch mal mit. Muss aus sein. So, ich bringe Boli wieder. Miliz bringe ich für Lidl. Seidel muss auch auf der Bank Platz nehmen. So. Gegen Dortmund will ich ja doch gut auffahren. Deswegen muss ich gucken, wen ich alles bringe. Linkes Mittelfeld bringe ich mal Goalie. Boncheck ist immer noch super drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Avevoa. Aber in der Innenverteidigung bringe ich Adoma noch. Auch wenn der momentan eine Abwärts-Tendenz hat. Kapuz. Den sollte eigentlich das letzte Spiel ein bisschen aufbauen. Aber egal. Bringe ich Lopez. Ramirez kommt hier auch mal wieder raus. Und ich bringe Franz. Wo ist er denn? Linksverteidiger. Wo ist er denn? Da ist er. Franz. Unser guter Junge. So. Dann haben wir da schon mal gut umgestellt. Und Hofer können wir als Notnagel gegen Dortmund, die Platz 7 sind, auch nochmal bringen. Wir brauchen dringend Punkte. Weil die Verfolger sind schon an einem Punkt dran an uns. Also momentan spielen die auch meistens nur unentschieden oder so. Okay. LT. Ball abschirmen. Okay. Dann probieren wir das mal. Na. Gegen Dortmunder. Ja klar. Ach komm. Leck mich. Wenn das gleich zweimal so in die Hose geht, dann spielen wir hier gegen Dortmund und versuchen das Beste hier auswärts. Natürlich über den Ballbesitz müssen wir unser Spiel aufziehen. So wie es einfach mal ist. Ah. Schade. So. Awevor. Miliz. Ah. Benchopp verliert den Ball. Schade. Einfach mal dranbleiben am Dortmunder. War sauber. Super. Erstmal Kontrolle. 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 So. Ne. So geht es nicht. Aber so vielleicht. Benchopp. Sauber. Ah. Ne. 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 So. Mein Ball. Benchopp. Gartner. Komm. Immer schön da rein. Oh. Schön verteidigt. Von den Dortmundern. Dortmunder. Ne Kontermannschaft. Also aufpassen. Wenn die hier schnell auf unser Tor kommen. So. Na komm schon. Das gibt es nicht. Können wir die einfach nicht erwischen. So. Rensing. Den hat er ganz sicher. So. Den kullert man nur aus. Haben wir mehr Kontrolle drüber. Was wir machen damit. Miliz. Benchopp. So. Einfach mal zurückgeben. Genau. Gut. Alter. Wie die hier ranstehen. So. Miliz. Kann abziehen. Schöner Schuss. Man kann es ja mal versuchen. Wenn man schon in den 16er hinein drängt. Kann man da schon mal drauf halten. So. Weidenfeller nicht mal im Tor. All. Allo. Mehr. Rovic. Gut. Weidenfeller kommt halt auch in die Jahre. So. Rausgehen auf Pauli. Einwurf für uns. Weil der Dortmunder hier den Ball ins Aus geschlagen hat. So. Aufbau. So. Super. Uth. Ah. Uth. Immer noch am Ball. Ah. Pfosten. Das gibt es nicht. Das glaubt man doch nicht. Ei, ei, ei. So. Weiter Ball. Kopfball. Kopfball-Duell. Ah. Mit lachendem Auge. Abseits. Oh. Aber wir sind nicht herangekommen. Deswegen kein Abseits. Das ist ja auch schön. So. Komm schon. Ben Schaub. Heftet sich da echt gut an. Aber verteidigen ist halt nicht seine Stärke. Muss man ja zugeben. Aber wenn man die Dortmunder schon früh stört. Kann man sich hinten natürlich gut aufstellen. Und kann da echt was versuchen. Äh. Wenn solche langen Pässe einfach nicht kommen. So. Oh Mann. Ramos. Rensingheld. Immer noch 0-0. In der 23. Minute. Miliz. Uth. Komm schon. Ben Schaub. Alter. Es gibt es nicht. Ich schieße hier den Dortmunder an. Sauber in den Zweikampf gegangen. Oh. Wenn wir hier einfach nicht durchkommen. Es ist schön gegrätscht von Miliz. Es ist ein gutes Spiel von ihm. Franz. Auch super. Hier auf dem linken Verteidiger. Position. No. Da kommen wir nicht mehr gepflegt dran. Aber man kann es ja mal versuchen. Super. Franz. Aufbauen. So. Uth. Gibt nochmal zu Goalie. Goalie bringt den Ball. Ben Schaub. Uh. Schön geköpft. Aber leider vorbei. Immer noch 0-0. In der 30. Minute. Wir können uns die Möglichkeiten schon erarbeiten. Nur nutzen können wir sie noch nicht. Super. Vom Boalie abgenommen. Uth. Ben Schaub. Ah. Wird hier. Gut abgegrätscht. Alter. Die Dortmunder verteidigen echt gut. Da kann man nichts sagen. Wir kriegen die. Stellen die Räume gut zu. Aber es können wir auch. Oh. Wieso kommt der nicht zu Ben Schaub? Wieso nicht? Alter. Und dann stolper ich mal einfach über den Fuß. Von Reus. Alter. Ich kann den Pass einfach nicht spielen. So werde ich gestört. Aber. Nichtsdestotrotz. Wir bleiben dran. Oh. No. Oh. No. Da haben wir zu viele Lücken. Und wir reißen noch mehr auf. Alter. Bring mal den Ball da endlich mal weg. Und dann kriege ich nicht den ausgewählt. Den ich bräuchte. Mensch. 1-0 hinten. Ramos. Haut uns das Tor hier rein. Nein. Nein. Du. Die haben den nochmal rausgegeben. Und ja. Rensing muss mit Novo ins Gebirge gucken. Ei. Ja. Das hat man schon kommen sehen. Wenn man da den Ball nicht kontrollieren kann. Dann kann man da einfach nichts machen. So. Gut. So. Miliz. Zieht einfach mal ab. Aber wieder nur in den Torwart. Einfach nur in den Torwart. Das ist natürlich nichts. So. Einfach mal rein in den Gegner. So. Benchop. Miliz. Spielen auf kleinstem Raum. Mann. Miliz. Dreh dich halt schneller und krieg den Ball. Jetzt ist erst mal Halbzeit. 1-0 für Dortmund. Das gefällt mir mal gar nicht. Wir brauchen ja die drei Punkte. Und momentan läuft es wieder mal nicht rund in der Bundesliga. So. Zweite Hälfte. Los geht's. Probieren wir es einfach mal. Einfach mal dranbleiben. Den Dortmundern den Ball wegnehmen. So früh es geht. Sauber. Abgenommen. Benchop. Komm. Gib Tempo. Schön zu Uth gespielt. Raus auf den Flügel. Zu Bowley. Bowley bringt den Ball nochmal. Benchop. Drin ist er. 1-1 Ausgleich. Ja. Wenn wir so schnelle Spielzüge machen. Dann geht's. Dann geht's. Dann kommt so ein Bällchen einfach mal wunderschön auf die Birne vom Benchop. Und dann ist er drin. Oh. Gleich mal ein Faulspiel produziert. So. Ramos will sich hier durchackern. Na. Oh. Komm schon. Das gibt's ja nicht. Noch nie. Oh. Weg damit. Danke. So. Benchop. Benchop. Kriegt er die Lücke. Benchop. Zieht einfach mal ab. Schöner Schuss. Wieso nicht. Kann man ja mal probieren. Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Und der kam wirklich schön. So. Dortmund wechselt. Schahin bringen sie. Schöner Schuss. Oh. Benchop. Oh no. So nicht. So. Komm. Dranbleiben. Es sah gefährlich aus. So. Pauli. Komm schon. Mein Flügelflitzer. Ah. Schade. So. Franz. Kommt da nicht mehr hin. Aber ein Wurf für uns. Alter. Miliz nicht hinlegen. So. Erst mal zurückgeben. Und das Spiel von hinten aufziehen. Aha. Habe ich mal wieder zu lange gewartet. Mit einem guten Pass. So. Komm schon. Rein da. Es gibt es doch nicht. Nicht, dass ich den Ball einfach nicht bekomme. So. Einfach mal das Tempo kurz rausnehmen. Dann wieder anziehen. Oh. Was war denn das bitte für ein Pass? Benchop. Schön gegrätscht. Na. Oh. Dann schieße ich den Dortmunder an. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. So. Und ich muss wechseln. So. Ich bringe Hofer. Hofer. Bellinghausen. Und rechts. Nee. 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 Ich bringe Lindl für Gartner. Und dann sage ich mal fortsetzen. Und dann hole ich mir hoffentlich den Ball gleich. So. Foulspiel. Okay. Okay. Jetzt kommen zumindest die Einwechslungen von uns. Ich hoffe, dass das kein Freistoß-Tor wird. Foulspiel hat. Oh. Rensing hält den. Wunderbar. So. Benchop. Hofer ist auch mit von der Partie. Alter, wird gleich mal gefoult. Fliegt hier gleich mal ums Eck. Eine gelbe Karte für den Dortmunder. Okay. Quinti. So, Dortmund wechselt nochmal. Lindl. Ach komm, ey. Noch ein Faulspiel. Also mittlerweile kommen wir näher ran. Also, da kann man nichts sagen. So, kurze Variante. Ball kommt. Hofer in der Mitte. Schade. Benchhop. Ah. Alter, wie die hier jetzt reingehen. So. Ich brauche ein bisschen Offensive eingestellt. Na, komm schon. So. Offensiv, bitte. Komm schon. Wir wollen das Ding hier gewinnen. Sauber. Bellinghausen. Benchhop. Boley hat Raum. Boley hat Raum. Kann abziehen. Schade. Ah. Keeper war da noch dran. Ah. Mist. Shit. Das hätte es sein können. So. Boley. Benchhop. Hofer. Ah. Kriegt den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Oh, komm, ey. Es gibt es doch nicht. Sauber. Und gleich nochmal sauber. Komm, Benchhop. Oh. An dem Pfosten. Es gibt es nicht. Ich war so hoch konzentriert. Man spielt dich nicht so lange da hinten. Sondern gib uns gleich den Einwurf. So. Ball kommt in die Mitte. Kopfball, Hofer. Mensch. Ich dreh am Rad. Sehr offensiv. Jetzt muss es aber. Mensch. Sauber. Komm, Hofer. Ah. Schade. Boley. Ballbesitz. Boley bringt die Flanke. Schade. Aber geht nicht. Wenn es nicht geht, geht es einfach nicht. Zwei Minuten noch regulär zu spielen. Dortmund kommt mit großen Schritten auf unser Tor zu. Abseits. So. Schön. Aufbauen. Miliz. Miliz. Kriegt den Platz, den einfach mal braucht. Alter. Es gibt es nicht. So. Dortmund auch sehr weit nach vorn gestaffelt. Wollen hier auch unbedingt den Sieg. Genauso wie wir. Aber die Zeit dürfte gleich um sein. Dortmund spielt sich hier einfach noch. Die spielen die Zeit hier runter. So. Super. Und jetzt nach vorn mit dem Ding. Ach komm. Wieder so weit abgepfiffen. Wieder nur in ohne entschieden. Schade. Naja. Kann man nichts machen. Müssen wir einfach so hinnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei. Und bis dahin. Ciao. Ciao.